Irrfah, jetzt geht es um eine andere Sache. Und das werden wir immer inshallah so machen. Also wir haben eine Stunde Zeit, 30 Minuten, ist die Sira des Propheten, die Biografie des Propheten, damit wir wissen, wer unser Prophet ist. Denn wer nicht weiß, wer der Prophet Muhammad a.s.w. ist, der wird niemals ein guter Muslim werden. Warum? Weil Allah uns befiehlt im Koran, den Prophet Muhammad a.s.w. als Vorbild zu nehmen. Wie kannst du jemanden als Vorbild nehmen, wenn du nicht mal weißt, wie er aussah, was er für ein Mensch gewesen war? Geht nicht. Die nächste halbe Stunde machen wir Islam allgemein. Damit es interessant für euch wird. Ja? Okay. Die meisten von euch beten, oder? Ja. Wer betet nicht? Alhamdulillah. Das heißt, ihr betet alle. Warum beten wir? Weil Allah uns befohlen hat. Ja? Allah hat uns befohlen, wie viel Mal am Tag zu beten? Wie viel? Fünfmal. Nicht dreimal und nicht viermal, sondern fünfmal. Ja? Warum hat Allah uns befohlen, zu beten? Um uns zu quälen? Um uns zu bestrafen? Nein. Allah hat uns befohlen, zu beten, weil das Gebet für uns gut ist. Dadurch wird unsere Seele ernährt. Und das Gebet ist ein Gottesdienst. Und das Gebet ist ein Dialog mit Allah. Wenn du ein Termin mit Allah haben willst, wenn du einen Termin mit Allah haben willst, du brauchst nicht zu warten. Aber wenn du zum Beispiel einen Termin mit deinem Schulleiter brauchst, musst du warten. Wenn du einen Termin mit deiner Lehrerin brauchst, du musst warten. Aber mit Allah brauchst du nicht zu warten. Wenn du einen Termin mit Allah haben willst, sofort Gebetswaschung machen und stehen Richtung Mekka. Warum beten wir Richtung Mekka? Beten wir Mekka an? Nein. Wir beten nur Richtung Mekka. Ja? Du stehst Richtung Mekka und sagst Allahu Akbar. Was bedeutet Allahu Akbar? Wie oft sagen wir Allahu Akbar am Tag? Wie oft hören wir Allahu Akbar am Tag? Fünfmal hören wir Allahu Akbar am Tag. Wie oft sagen wir Allahu Akbar? Sehr oft. Wir brauchen das nicht zu zählen. Aber was bedeutet Allahu Akbar? Allah ist der Größte. Masha'Allah. Was bedeutet Allah ist der Größte? Was bedeutet das? Ihr wart alle in der Moschee, oder? Was macht man, bevor man in die Moschee reinkommt? Was macht man? Man zieht die Schuhe aus, oder? Oder? Oder man geht mit den Schuhen rein. Nein, man zieht die Schuhe aus. Das Gleiche musst du auch in deinem Kopf machen. Alles, was du im Kopf hast, deine Sorgen, musst du ausziehen, bevor du in die Moschee kommst. Das heißt Allahu Akbar. Allah ist größer als deine Sorgen. Allah ist größer als deine Familie. Allah ist größer und wichtiger als alles, was dich beschäftigen darf. Das bedeutet Allahu Akbar. Allah ist mir wichtiger als alles. Ich stehe jetzt vor Allah. Das heißt Allahu Akbar. Jetzt, wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Was sagen wir im Gebiet? Wir sagen Bismillahirrahmanirrahim. Was bedeutet Bismillahirrahmanirrahim? Im Namen Allah, des Alabamas, des Barmherzigen. Das heißt, du fängst mit dem Gebet an und redest nicht von deinem Kopf. Du fängst mit Bismillahirrahmanirrahim an. Im Namen Allah, des Alabamas, des Barmherzigen. Dann geht es weiter. Wer kann lesen? Wer kann lesen? Wer kann lesen? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das kommt euch bekannt vor, oder? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was bedeutet Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Was bedeutet Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Das sagen wir im Gebet. Was bedeutet Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Ihr wollt alle ins Paradies kommen, oder? Ja, man muss wissen, was man sagt. Man muss wissen, was man sagt im Gebet. Das Gebet ist ein Dialog mit Allah. Wie kannst du Dialog mit Allah durchführen und du weißt gar nicht, was du sagst? Lauter, lauter, lauter. Fast, fast. Alhamdulillahi Rabbil Alamin bedeutet, alles Lob gebührt Allah. Oder mit anderen Worten. Mit leichteren Worten. Wir danken dir Allah. Du stehst im Gebet und sagst, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah. Ich danke dir Allah. Für was denken wir Allah? Dass wir Muslime geworden sind. Alhamdulillah, dass wir Muslime sind. Nummer zwei. Für was? Für was denken wir Allah? Warum denken wir Allah? Dass er uns erschaffen hat. Dass er uns erschaffen hat. Dass er uns recht geleitet hat. Dass Allah uns recht geleitet hat zum geraden Weg zum Islam. Für was? Danken wir Allah. Hier, denkt an die Augen. Weil wir sehen können. Weil wir hören können. Weil wir atmen können. Weil wir sprechen können. Weil wir laufen können. Jetzt, wenn ihr an Allahs Gaben denkt, ihr werdet die nicht zählen können. Das heißt, du stehst im Gebet und sagst, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh Allah, ich danke dir. Für was? Das muss, also die Gaben von Allah mussten vor deinen Augen kommen. Dass du sehen kannst. Und hier hin добавilen, die ich schaff hard auf und da nach vorne begrüßt, ist glaube ich. Vielen Dank.